hey früchte leute im video willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft zusammen mit david ricardo und tim und bis zur letzten folge habe ich herausgefunden was es noch als essbares gibt und zwar was mir noch fehlt auf meiner liste ist natürlich die porus frucht ja meine sind ja aber richtig geil aus ja so gut runtergeladen und ich weiß es weil was das überhaupt was ich bin beine ich hab steine verstanden ich dachte mein steine im oberring von kies oder so und spinnenbeinen immer sind echt gut aus leute ich bin im bett also es fehlt noch inventar los hasen plus chorus frucht plus danke ihr penner da habe ich genau im richtigen moment gemacht ich brauche muss doch golden op apfel essen oh mann das lustige ist ich habe mir vor drei tagen war das glaube ich nicht so angesehen von dir wo du eben goldenen op apfel hast ich weiß ich habe auch einen und ich möchte dass du den eben eben ist das habe ich dann auch gemacht habe ich es gemacht ich glaube nicht ach ich bin so gut stolz auf mich hui vom turm springen ich habe nicht mal schaden bekommen so dass ich leben regenerieren muss so wie gerade schaden zu machen vielleicht sollte ich mir dabei die kostung ausziehen ich weiß ja nicht das ist ja den federfall anscheinend hallo essen dankeschön ich darf nicht zu oft drunter springen wenn ich nicht gerade voll bin alter mega geil aus ja nicht spinn sie nicht geil aus jetzt wird das tut so nicht so nicht so nicht da hängt jetzt von japan jetzt will noch ja noch fünf sachen viel davon sind kuchen kurs frucht und ramme hasen ich brauche den op-apfel gar nicht erfolgen konnte ich bin nicht zuerst essen für alle effekte hier ist creeper weiß nicht kann sein aber jetzt muss ich da muss ich ihn jetzt nicht essen ja aber du brauchst du für alle effekte ja irgendwann werde ich ihn eh essen kannst du auch einfach alle tränke alle gleichzeitig ja als wurftranken nein kuchen zählt nicht kuchen ist kein essen braucht doch den op-apfel ja das will nicht wie zucker dafür kannst du auch nicht essen bildungsbildungs deswegen kannst du nicht zucker essen genau naja die sagen dir immerhin du darfst ähh ähh keine pappageien keine kekse ja da haben die extra gesagt das ändern wir ja damit keine eh kleinen fetten kinder sich denken boh geil Fütter ich mal meinen Hauspapagei ein, bitte. Ich muss das jetzt in den Minecraft-Ordner... Minecraft und dann in Ressource Pack. Ich kann hier alles erfährt in den Folgen. Dann äh... So, du brauchst Tutorials, ne? Für die Gesamtliste fehlen jetzt noch alle Hasenprodukte, also 3 Stück plus OP-Apfel. Habe ich noch den OP-Apfel dritten? Boah Alter, ich find die Optionen sehen grad ein bisschen komisch aus. Die Schrift hat sich verändert. Du hast immer noch Prozent, Abdata, Prozent. Die Schrift hat sich verändert, weißt du eigentlich? Einen goldenen Apfel hab ich noch. Definitiv. Irgendwann werde ich das in der Automatisch feiern. Yo Alter, wie sieht denn mittlerweile das Inventar aus? Okay. Äh, geht sogar, das Inventar sieht sogar noch gar nicht aus. Ja, aber sieht völlig anders aus. Echt? Bei mir nicht. Ey, das ist doch jetzt mittlerweile noch so ein hellbrauner Kasten statt. Normal dem Holz, das da wäre. Bei mir war's schon, bei mir war's in der letzten Version auch schon so. Alter, die Abbau-Ontivation sind ja auch voll anders. Ja, ja, die Abbau-Ontivation find ich aber geil. Ja, ja, aber die sind auch voll alter. Ja, hab ich vorhin auch gesagt. Achso, ich wusste das schon davor. Die haben wieder richtig abgehoben. Ja. Aber die Schrift hat sich eindeutig verändert, die ist dicker geworden. Ja. Korrekt. Das heißt, mit dem Fortschritt habe ich jetzt schon, was haben wir hier noch? Säle Samen und Sine beim Wachsen zu. Ja, die wollen ein Seed im Moment. Ja, Minecraft neu gestartet dafür. Okay. Ich pflanze jetzt da drüben Seed an und schau ihm beim Wachsen zu. Die ganze Zeit. Boah, es lag zu sehr viel Jump'n'Run-Profi-Action. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Hobby-Gerner. Hobby-Gerner, war gut. Ich bin ein Hobby-Gerner. Hier, jetzt fehlt noch für mehrere zwei Tiere alles. Und wie gesagt, noch die ganzen scheiß Hasen-Produkte essen. Oh Mann ey, warum haben wir hier keine Hasen? Also. Find me. Don't have. Habits. Kleine, kleinen, geilen Kühe, wollt ihr mal? Ja, gut. Ich bin schon mal die Blümchen. Ich bin schon mal die Blümchen. Was? In English heißt das The Parrots and the Bats. ja das so wahrscheinlich aber erkennt man wahrscheinlich auch das sprichwort nicht mit dem blümchen die bieten ja deshalb aber krass ist sogar den sprichwort angepasst wurden mehr als jahrten auch hasen ja auch nicht viel geiler wir müssen sogar so mal hier zu baut habe ich das gefühl ich werde zumindest gerade mal kurz das war mein projekt für dich womit baut mit ich weiß wo das andere video aber hier war bestimmt irgendwo eins wenn wir das nicht machen wir auch machen zum zirkus passt das doch darum ist auch ein hühnchen was das denn ist ja so ist das ja ja da habe ich auch gesagt verwirrt oder was denn also das eben mit das menü drück mal escape das menü ist voll ich weiß das ist echt anders das stimmt es ist voll weird wenn es gibt aber angeblich nur zehn tierarten stimmt das ja also zehn tierarten die du vermerken kannst ja klar wenn du nicht tun solltest hier wird es der krass wenn ihr zu zählen mal gespannt so wie eine schwarze katze juhu rein rassig das ist definitiv dicker als wir sehen schalker boxen aus gute frage und ich glaube gleich schalker boxen hatten ja vorher schon die schalker box sehen geil aus ja die sind immer noch so aus die sind immer noch so aus die sind nicht so aus ich glaube ich habe aber warte mal das porzellan abgebaut wie sieht der beton aus und das sieht einfach aus wie sand und das sieht geil aus der rote und das sieht echt einfach aus wie sand ich habe so bock gerade beim mein pc loben dass es gerade flüssig läuft dann noch fünf tierarten haben wir gerade hier das sieht voll hässlich in den tollen nein ja wobei wir zu sind voll geil aus das geht eigentlich die besser als vorher ganz ehrlich die realistische zahlen generell ist alles dicker schriftmäßig was fehlt mir jetzt noch ich habe mir fehlen auf jeden fall noch h also fehlen auch fünf sachen wer noch hasen es ist nicht mehr so war hunde früher war das so warm jetzt ist das ist ein bisschen komisch mit der schrift neutral was fehlt noch hasen eisbären hunde und werden lamas lamas ja lamas pilzkühe 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 ich glaube nicht dass die extra zählen also ich glaube mir fehlen noch fünf ja kühe schweine hühner schafe und katzen und fünf richtig äh pferde hunde pferde mache ich jetzt hunde katzen eisbären und hasen ne katzen habe ich schon verdammt es fehlt noch lamas ja lamas wahrscheinlich bitte noch lamas oder nicht sind das schon diese wir werden kurz zwei pferde vermehren und bei hier rennen die ich im stall finde esel maultiere ich glaube die gehören zu pferden glaube ich auch so war eine dörfchen an den abriss des wohnkomplexes ja pappageien es gibt ja jetzt schöne pappageien ne pappageien musst du auch noch vermehren och nein wir reißen die schöne konstruktion ab für eine tor mehrt ihr euch mal tschüss glas tschüss glas hä mit goldenen äpfel vermehrt werden die doch noch nicht was das werde ich auch noch mal pferde auf jeden Fall äh ja pferde werden mit getreide doch vermehrt ne ne hab ich keine ahnung wie die das funktioniert dann heilt die mit getreide den eingang den baue ich hier noch mal den kann ich wer das endlich mal selber schaffen so red sun zeug kriegst du nicht hin aufmunternde worte haha ja weißt du der da der ist ja so ein bisschen auf hier jetzt wurde er so in den armen so jetzt aber ihr beiden pferd danke du die wahrheit achso alter wie das bitte aussieht ja was so ein schlachtfeld ja ich kann doch auch ein esel und ein pferd vermehren ich kann doch auch ein paar wissenschaftler würde sowas machen ne aber es geht doch ne aber eh für die verlängerung der ähm ja lol okay ich hab dich zurück ich hab dich zurück ich hab dich zurück ich hab dich zurück oh alter wie viel halt haben wir jetzt zwei rheinrassige pferde jetzt hab ich das gefüttert hallo ihr penner ihr fress meine karotten weg und macht da gar nichts damit der ist so scheiße soll ich noch mehr goldene karotten ich verbrauch gerade alle unsere gold für goldene karotten weil die dinger nicht was soll der scheiß man verwert sich doch safe mit goldenen karotten noch mal vier stück das nehme ich den jetzt echt übel fragst du dafür der tue ich auch gleich nachdem die aber erst nachdem die ein kind gebracht haben so leite jetzt dieses weiße pferd zum anderen weißen pferd zwei weiße pferde nicht mal hier ne dann zwei weiße pferde ja zwei weiße pferde können jetzt oder was wollt ihr mich verarschen so ok die stehen anscheinend auf freienrassigkeit so da kann ich auch nichts machen Minecraft ne ich anscheinend geht esel und fährt nicht mehr also hat nicht funktioniert so ähm jetzt fehlt ah ne ist richtig jetzt fehlen noch Eisbären Hunde äh Kaninchen und Lamas das schaff ich logischerweise nicht in der Folge haben wir denn noch so Fortschritte Minecraft ja das war jetzt hier mit schwächern Dorf wohnen bla bla Ende Auge ins End gehen Ende ja da müssen wir auch noch ein bisschen Abendmutter das mit den Rezepten sieht eigentlich ganz gut aus dass da jetzt neue Rezepte also da kommt ja eben jedes mal oben das Buch ist aber so so leicht ach so ja das Buch ist so fast unsichtbar ich weiß was du meinst ja ach so das ja ich weiß was aber ich habe eigentlich jetzt davon geredet dass immer wenn so ein neues Rezept freigeschaltet wird fliegt ja oben rechts was in die Ecke das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus finde ich ja wie machen wir das jetzt äh hast du was mit äh Behutsamkeit weiß nicht weil wir sind bei dem Punkt angelangt wo jetzt keinen Bock dass ich da jetzt nur noch Bücher habe ey guck mal wir haben wieder mehr Villager jetzt haben wir ja Behutsamkeit nehmen oh wir haben richtig viele Villager hab ich echt keine Behutsamkeit zu sagen hallo ich habe keine bin ich auch keine Böhm was für ein Geschäft in einem Villager Villager geht's eigentlich mit äh David's Villager Station aus das funktioniert dazu müsste aber jemand da hinten in der Ecke stehen weil dann werden ja neue kommen ja neue was ist auch dein geworden aber da wäre warte mal wie nach See bin ich wenn ich jetzt Tim weiterhelfe also ich habe eine Behutsamkeit ist eigentlich das weitergeladen äh nicht Axt ähm zackle ich habe eine Schaufel mit Wotern Alter Skelette haben jetzt einfach einen Köcher ja stimmt ich habe mich vorher gefragt was es war und ich habe es nicht genau gesehen wo wo bist du hier draußen das hatte ich nicht genau gesehen ich habe nur gesehen dass da irgendwas neu war ich habe nur nicht genau gesehen was war zu weit weg die Köcher nein der Zombie greift das Skelette dabei dich wo bist du schnell schnell achso jedes Monster mindestens einmal retter es ein Totem der Unstärktigkeit um den Totem der Schipp zu spüren Moment jedes Monster dazu zählt doch auch Enderdrache ja und äh Wither Tötter ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mindestens 50 Metern Oh hinten das Ding was die hinten tragen ich sehe das nicht ja dann haben das nur manche meins er hat gerade geh weg kann ich droppen das ist ja das hat beide gedroppt ok ah ich habe auch die 32er Version ja ooooh Eisenblöhm braucht vier Eisenblöcke richtig verpixelt aber egal ähm Ambos braucht drei Eisenblöcke ja und ja aber äh ich meine äh ich sage was ich meine meint das auch Eisenblöcke so ja haben wir noch irgendwo einen normalen Kürbis ich bin grad verwirrt ja ja haben wir EC-Hurte achso das ist meine ok die ist ja relativ in der Mitte haben wir noch einen normalen Kürbis ja relativ ne so ich bau das mal ab hier ich habe nur noch 394 das reicht du hast die Haltbarkeit doch bestimmt drauf oder ja ja dann geht das weil du ein bisschen nervig bei Eisenblöcke ja weil du mit einer Spitzhack abbaust boah also warte ich guck jetzt auch mal ob ich irgendwo ein Buch habe what the fuck das erste Gesetz ist der Robotik das erste Gesetz ist der Robotik alter what fuck ja ich habe ein Eisenblöcke gemacht ähm ja ist mir schon klar aber das ist heiß ich weiß ja ist das Hired Help also boah ein Skelett aus 50 Meter Entfernung finde ich äh das geht aber nicht von oben das muss wirklich von der Entfernung sein ja ich weiß I know aber das habe ich mal im Creative Mode gemacht ich bin sogar ohne Creative Mode gemacht früher damals und trotzdem wird sich gezählt ja Leute erstmal will ich nicht sagen das war's für eine Folge welche gefallen hat dann lasst uns so einen lernen dann wird es in der nächste Folge werden und ich glaube in der nächste Folge werde ich erstmal nicht mal die Fortschritte machen weil da habe ich jetzt erstmal die grundlegenden Sachen alle fertig bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss